Hey, schweres Geschütz, das wir heute auffahren werden? Nein, Spaß, ich zeige euch in diesem Video die Weiße Lotus Mission, schweres Geschütz. Hier müsst ihr mit einer HCR 35 gepanzerte Feinde am Al-Sharim Pass erledigen. Und allgemein 10 gepanzerte Feinde erledigen, egal wo auf der Karte. Das macht man aber am besten beides direkt zusammen. Mein Name ist Pierre und ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Damit ihr die Mission machen könnt, solltet ihr natürlich die HCR als Waffe in eurer Klasse ausrüsten und ihr ein paar Aufsätze geben und dann startet ihr direkt rein, in Richtung des Al-Sharim Passes. Ich empfehle euch die Gegend unten links, in der ich meine Mission erledige, denn dort könnt ihr easy von den Dächern aus gepanzerte Feinde erledigen und könnt euch durch Hinlegen Schutz suchen. Auch ist öfters gegenüber ein geschlossenes Gebäude, bei dem sich die Gepanzerten einfach nacheinander freiwillig euch gegenüberstellen. Das Ganze macht ihr so lang, bis ihr die 35 gepanzerten Soldaten erwischt habt. Dazu zählen natürlich auch die grünen Soldaten, also die leicht gepanzerten Soldaten. Und das war es dann auch schon. Lasst ein Like für den Algorithmus da und damit ciao, bis zum nächsten Mal.